Battlefield Schlange 10 Minuten nach Einlass, aber... Oh, noch mal da! Zweite Battlefield Schlange 10 Minuten nach Einlass. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Zurück zu Diablo, wir spielen jetzt das erste Add-On von Diablo 3 an, Reaper of Souls. Ich bin ganz wild. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, ob da jetzt mit den Items ein bisschen was gemacht wird. Das war ja so für mich ein bisschen der Brecher an Diablo 3, warum das nicht so richtig gefetzt hat. Müssen wir mal schauen. Da wollen sie jetzt was machen, dass man am Ende des Tages seine Items selbst anpassen kann. Aber ich wüsste nicht, warum Blizzard jetzt das Auktionshaus da ablösen sollte. Aber das ist halt der einzige Weg, um das Spiel irgendwie zu retten, oder? Ich weiß auch nicht, was man hier jetzt groß anspielen kann. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du nur den komischen Kreuzritter mal antesten kannst und mit den Items noch keine große Antwort bekommen willst. Ja, wahrscheinlich. Da ist ja noch nicht viel in der Mache gewesen bisher. Aber wir schauen gleich mal weiter, wie es ist. Ja, hat sich schon angefühlt wie Diablo weiterhin. Die Items, die gedroppt sind, die sind... Drei Legendaries hatte ich. Ja, aber ich glaube, das war gescriptet, weil ich hatte auch drei Legendaries. Ich glaube, das gehört so. Und dadurch hat das Spiel angefangen. Und dann ist die Netzwerkverbindung weggebrochen. Und ich habe danach genau an der selben Stelle wieder dasselbe Legendary gekriegt. Es fühlt sich an wie Diablo. Der Kreuzritter haut rein. Und ich glaube, ich werde das Spiel. Also so ein bisschen mönchmäßig. Jetzt sind wir in zehn Minuten gleich dran zum Hearthstone Heroes of Warcraft spielen. Und ich mache eh genug Platz. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja? Ja. Ja, guck mal, hier ist die, woher kommt die Spanier? Ja, das ist die Spanier. Die Spanische Messe Bedienung. Wobei, die haben gerade so getan, als wären die wirklich von Blizzard, aber weiß man immer nicht. Ja, wir haben was ins schlaue Buch, ins Gästebuch von Blizzard geschrieben. War aber nur halb nett. Also ich war nicht nett, ja, das stimmt. Ja, die Snowboarden haben wirklich reingeschrieben, dass sie das Loot-System bei Diablo 3 verkackt haben. Ja, ist ja auch wahr. Ja, das stimmt. Man muss auch mal jemanden haben, der die Wahrheiten ausspricht. Ich finde es gern. Aber der, aber so richtig... Ist das ein Taure? Ja, ne? Na, der da oben. Tauren sind natürlich blau, oder? Ja, stimmt. Aber ein Draenei ist es, glaube ich, auch nicht. Ich würde sagen, sie sind in der Nähe, oder? Noga and Or. Oh, das sag ich schon. Mensch. Das ist ein Zwerg. Ich würde sagen, das ist ein Noam. Noam, ja stimmt, weil Ingenieur und so. Siehst du, ich bin schon so wieder raus aus der Nummer. Ist der Wahnsinn. Also gut, spielen wir mal. Okay. Ihr Zwerg da ist sie. Ent Civilization. Ich habe Jungs gemacht. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Oh, sieben König! Auch Schlimmer! Hoch Applaus! Herr Zube! Grüß Gott! Grüß Gott! Seid ihr bereit? Geht's euch gut? Ja! Aufs Neusverband! Ich rufe leider nicht aufs Neusverband! Sie haben ganz schön geimpft, wir haben wieder verschiedene Tage vor dem zweiten Platz! Vielen Dank! Ich rufe leider nicht auf den Kopf! In das Zeitpunkt ... Geht's euch rein! Das ist ein dach. Das war's, wir ziehen uns zum Beispiel. Soh, bei mir der Mitte war es auch immer wieder. Musik Sonntag 13 Uhr, schade. Diabolo, Reaper of Souls. Nein, nein, nein. Nein, wir wollen nicht tanzen. Wir wollen nicht tanzen. Sag sie mir, wir wollen nicht tanzen. Ich hab kein Ticket für Sonntag. Boah, die Pandaren tanzen aber schon, ne? Beyoncé ist das. Boah. Shuffle your boots. Eigentlich wollten wir fast über Diabolo add-on erzählen. Das wird's gleich spielen. Du kannst nicht mehr laufen. So, genau so. Ja, jetzt können wir wegmachen. Ha, 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 ha. Du bist epic youth. Oh, es geht los. Oh nein, es geht nicht los. Wir kommen noch eine Schlange weiter. Hier. Dann machen wir wieder Dance Contents. Obtet ok, ha, ha. Ja, ja. Das war's für heute.